Das russische Innenministerium hat den Namen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auf die Liste der gesuchten Personen gesetzt und ihn in der Datenbank des Ministeriums veröffentlicht. Zelensky wird wegen strafrechtlicher Vorwürfe gesucht, aber die spezifischen Einzelheiten der Anklage werden nicht angegeben. Außerdem ist nicht bekannt, wann genau der Name von Zelensky der Liste hinzugefügt wurde. Auch der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko wurde von Russland auf die Liste der gesuchten Personen gesetzt. In der Vergangenheit haben die russischen Behörden bereits die Namen von ukrainischen Beamten und Politikern auf die Liste der gesuchten Personen gesetzt. Im Dezember des letzten Jahres fügte das russische Innenministerium den Leiter des Hauptnachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine, Generalleutnant Kirill Budano, der Liste der Liste der gesuchten Personen hinzu. Im vergangenen Frühjahr erhob ein Moskauer Gericht in Abwesenheit Anklage gegen ihn wegen der Bildung einer terroristischen Gemeinschaft, der Durchführung eines terroristischen Angriffs durch eine Gruppe von Personen und des Besitzes von Waffen und Sprengstoff. Am 3. Mai berichteten russische Medien, dass die Liste der gesuchten Personen in Russland erweitert wurde, um den Sekretär für nationale Sicherheit und Verteidigung der Ukraine, Alexander Litvinenko, den ehemaligen ukrainischen Finanzminister Alexander Schlapak und den ehemaligen Chef der Zentralbank der Ukraine, Stepan Kubiv, einzuschließen.